Mit solchen Testbildern lässt sich ermitteln, wie gut eine Person Farben wahrnimmt. Das ist die Ishihara-Farbtafel Nummer 9. Was kannst du erkennen? Menschen mit normaler Farbwahrnehmung sehen die Zahl 74 in grün auf einem rötlichen Hintergrund. Personen mit einer rot-grün Sehschwäche erkennen hingegen entweder die Zahl 24 oder gar keine Zahl. Rot-grün Sehschwächen sind genetisch bedingt. Sie bewirken, dass betroffene Menschen die Farben rot und grün nur schwer oder gar nicht unterscheiden können. Die Ursache sind Mutationen in Genen, die für den Fotorezeptor OBSIN kodieren. Der Mensch verfügt über mehrere OBSIN-Gene. Sie liegen auf dem X-Chromosom. Das X-Chromosom ist jedoch ein Geschlechtschromosom, genau wie das Y-Chromosom auch. Die Geschlechtschromosomen oder Gonosomen determinieren das genotypische Geschlecht eines Menschen. Zusätzlich enthalten die Geschlechtschromosomen weitere Gene, die nichts mit dem genetischen Geschlecht zu tun haben. Diese Gene werden auf eine besondere Art und Weise vererbt. Man bezeichnet sie als die geschlechtsgekoppelte Vererbung. Bekannte Beispiele für die Vererbung geschlechtsgekoppelter Merkmale beim Menschen sind die bereits erwähnten OBSIN-Gene oder Gene, welche bei der Blutgerinnung eine wichtige Rolle spielen. Wir wollen verstehen, wie die geschlechtsgekoppelte Vererbung funktioniert und wodurch sie sich von der normalen Vererbung unterscheidet. Dazu müssen wir in einem ersten Schritt klären, wie das genotypische Geschlecht vererbt wird. Bei allen Säugetieren, inklusive dem Menschen, ergibt sich das genotypische Geschlecht durch die Kombination der zwei Gonosomen X und Y. Zwei X-Chromosomen ergeben einen weiblichen Genotyp. Je ein X- und Y-Chromosom führen zu einem männlichen Genotyp. Die zwei Kombinationen X, X sowie X, Y sind statistisch am häufigsten. In Wirklichkeit treten noch weitere Kombinationen auf. Im Sinne einer Vereinfachung sollen sie in den nachfolgenden Überlegungen jedoch nicht berücksichtigt werden. Oben befindet sich die Eltern oder Parentalgeneration, abgekürzt P. Ihre Kinder sind die erste Folge oder Filialgeneration F1. Die Mutter verfügt über den Genotyp XX, weil ihre Geschlechtschromosomen beides X-Chromosomen sind. Daraus ergibt sich ihr Phänotyp weiblich. Beim Vater liegt der Genotyp XY vor. Seine Geschlechtschromosomen umfassen je ein X- und ein Y-Chromosom. Das führt zum Phänotyp männlich. Die Mutter bildet nur einen einzigen Typ von Gameten. Alle Eizellen enthalten als Geschlechtschromosom ein einziges X-Chromosom. Der Vater erzeugt zwei Varianten von Gameten im Verhältnis von 1 zu 1. Die eine Hälfte der Spermien verfügt als Geschlechtschromosom über ein X-Chromosom. Die andere Hälfte besitzt ein Y-Chromosom. Die Eizelle steuert immer ein X-Chromosom an die nächste Generation bei. Der Beitrag der Spermien ist mit einer Wahrscheinlichkeit von jeweils 50% entweder ein X-Chromosom oder ein Y-Chromosom. Das führt zu der statistischen Verteilung hier. Bei 50% der Kinder ist das genotypische und phänotypische Geschlecht weiblich. Bei der anderen Hälfte ist es männlich. Die in diesem Beispiel beobachtete Verteilung des biologischen Geschlechts von 1 zu 1 ist charakteristisch für alle Säugetiere. Jetzt können wir untersuchen, was das für diejenigen Gene bedeutet, die auf dem X-Chromosom lokalisiert sind, aber keinen Bezug zum genotypischen Geschlecht haben. Als Beispiel wählen wir ein Gen, das die Augenfarbe bei der Fruchtfliege Drosophila bestimmt. Der Wildtyp hat von Natur aus rote Augen. Eine Mutation führt zu einer weissen Pigmentierung. Das rote Allel ist dominant. Das weisse Allel ist rezessiv. In diesem Erbgang verfügt das Weibchen über rote Augen und das Männchen über weisse Augen. Das Merkmal, Augenfarbe, ist geschlechtsgekoppelt. Das dafür verantwortliche Gen liegt auf dem X-Chromosom. Auf dem Y-Chromosom kommt es nicht vor. Das Weibchen verfügt über zwei X-Chromosomen. Beide X-Chromosomen enthalten das rote Allel, symbolisiert durch ein X mit einem hochgestellten, grossen R für rot. Weil das Muttertier zwei dominante rote Allele besitzt, ist es homozygot. Als Phänotyp verfügt es über rote Augen. Das Männchen besitzt je ein X- und ein Y-Chromosom. Auf seinem X-Chromosom hat es ein rezessives, weisses Allel, symbolisiert durch ein hochgestelltes, kleines R. Weil das Gen auf dem Y-Chromosom nicht vorkommt, enthält es weder ein rotes noch ein weisses Allel und bekommt auch keinen Buchstaben R. Im Gegensatz zu den weiblichen Tieren verfügen Männchen nur über eine einzige Kopie des Gens. Das Männchen wird deshalb als Hemizygot bezeichnet. Sein Phänotyp sind weisse Augen. Das Weibchen bildet nur einen einzigen Typ von Gameten. Alle Eizellen enthalten ein X-Chromosom mit einem roten Allel. Das Männchen bringt zwei verschiedene Gameten hervor. Die eine Hälfte der Spermien enthält ein X-Chromosom mit einem weissen Allel. Die andere Hälfte besitzt ein Y-Chromosom ohne dem Gen für die Augenfarbe. Die Kombination der Gameten ergibt in der Folgegeneration je 50% weibliche Tiere und 50% männliche Individuen. Die weiblichen Tiere sind heterozygot für die Augenfarbe. Von der Mutter haben sie ein rotes Allel erhalten, vom Vater ein weisses. Weil Rot gegenüber Weiss dominant ist, haben alle weiblichen Tiere rote Augen. Die männlichen Tiere sind Hemizygot. Von der Mutter haben sie X-Chromosomal ein rotes Allel bekommen, vom Vater ein Y-Chromosom ohne Gen für die Augenfarbe. Weil sie ein einziges rotes Allel besitzen, bilden sie phänotypisch rote Augen. Im zweiten Szenario sind die Rollen vertauscht. Jetzt hat die Mutter weisse Augen und beim Vater sind sie rot. Das Muttertier ist Homozygot für das weisse Allel. Es bildet ausschliesslich Eizellen mit dem weissen Allel, klein r. Das männliche Tier ist Hemizygot für das rote Allel. 50% der Spermien verfügen über ein X-Chromosom mit einem roten Allel, gross r. Die anderen 50% enthalten ein Y-Chromosom ohne Gen für die Augenfarbe. In der F1-Generation verfügen die Weibchen über zwei X-Chromosomen mit je einem roten Allel vom Vater und einem weissen Allel von der Mutter. Ihr Genotyp ist Heterozygot. Phänotypisch bilden sie rote Augen. Die Männchen besitzen ein X-Chromosom mit einem weissen Allel von der Mutter und einem Y-Chromosom vom Vater ohne Gen für die Augenfarbe. Sie sind genotypisch Hemicygot und ihr Phänotyp sind weisse Augen. Bei geschlechtsgekoppelten Erbgängen ist es relevant, welcher Elternteil über welches Merkmal verfügt. Werden die Rollen vertauscht, kann das in der F1-Generation einen Einfluss auf die Häufigkeit der Verteilung haben. Im Szenario 1 haben alle Nachkommen rote Augen. In Szenario 2 hingegen verfügen die Weibchen über rote Augen und die Männchen über weisse Augen.